Es gab 24 Entführungen in Mexico City in den letzten sechs Tagen. Haben Sie schon viele Kinder beschützt, Mr. Creasy? Ich bedauere es, dass es Ihren Beruf geben muss. Das stimmt, Mathe. Er ist auch wie ein Teddybär. Ja? Ein großer, trauriger Bär. Nicht weinen. Ich weine nicht. Gut. Und, bleiben Sie crazy. Sie lächeln ja. Peter? Peter! Lauf! Was werden Sie tun? Das, was ich am besten kann. Ich werde Sie töten. Alle Beteiligten. Jeden, der in irgendeiner Weise davon profitiert hat. Jeden, der mit uns zusammenhapfte. Jeden, der... Portland Jeden, der